Bereit für deine erste Fahrt? Meine erste Fahrt mit einem Elektroauto. Mit Gefühl, Papa. Ist versichert. Darf ich fahren? Ist auch versichert. Falls das Auto gehackt wird, ist es auch versichert. Und wenn ich mal liegen bleibe? Ist. Auch versichert? Yep. Stopp. Logo ist auch versichert, ne? Und wenn wir unfallfrei bleiben, gibt es auch noch 15% Prämie zurück. Dann ist es ab jetzt meine Shoppingcar. Elektroauto. Innovativ versichert. LVC IK